so ladies and gentlemen little nightmares ja ich musste sogar gucken auf youtube auf google wie man das ausspricht gut dass wir weiterkommen guck mal wirklich schön er ist am kochen ich will ihn nicht stören kann ich da rein gehen oder brennt es er ist nicht der schnellste finde ich gut ja gut riechen kann auch nicht oder das habe ich noch nicht gemerkt als koch er nimmt zuzug heute gibt es zuzug aber er ist schon konzentriert wenn man so ihn anschaut die mögen fische was siehst du von mir da nimm so ich das da reinwerfen nein oh nein oh nein jetzt hat er mich gesehen oder was oh nein ich hoffe dass er schlüssel und wo wo ist dieser schlüssel checkpoint juhu nichts dran lassen bitte nicht nicht pass auf sieht er nicht nein oha guck ihn mal an ich weiß nicht ist er süß oder ist er brutal er ist schon unheimlich irgendwie er ist am sabern guck mal wie er mich alter oh man das war nicht gut ich war zu begeistert von ihm und dann bin ich runtergefallen scheiße ups naja kann passieren bei mir sowieso was ist da konzentriert sein was müssen wir machen überhaupt keine ahnung woher nicht ganz einfach da nicht drunter zu fahren ich liebe noch normal ja diese stelle ist nicht gut will man 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 fällt schnell mal runter vor allem hier das sieht nicht so genau aus irgendwie irgendwie vielleicht auch doch und ich habe keine ahnung kann auch sein so ist da was nein wo ist der schlüssel sicher ganz links oben ich hoffe wir fallen nicht runter ich will nicht so schön werden oh mein gott kann ich das hier hinstellen so ganz schön okay vielleicht brauche ich das ja vielleicht muss ich es auf die andere seite werfen ne hat er mich gesehen nein oh man hey das ist echt ungenau geschafft so ich was ist denn da nimm fisch ist gesund ist gesünder und sowieso abnehmen ein bisschen ich meine es ja gut für ihn damit er länger lebt so da da muss ich weiter oder da da keine ahnung scheiße oh fuck nee nein nicht runterfallen oh gott so ich seite oh guck 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 das mal an voll gut voll gut gemacht irgendwie muss ich da da vielleicht guck mal da mal anzünden ich glaube das ist checkpoint ne keine ahnung vielleicht ich glaube ich glaube schon so ist ja nicht umsonst da bestimmt nicht nur damit man damit man ein bisschen heller macht kann ich mir nicht vorstellen kann ich das öffnen kann ich das öffnen ja ok das war einfach wieso nicht gleich so schlafen die genau die schlafen doch habe ich gespeichert habe ich gespeichert keine ahnung hey guck mal schlüssel oho ich muss den haben wie komme ich da hin oh 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 nein oh nein oh nein oh der sieht gar nicht süßer aus oh scheiße oh dieser penner gut habe ich das gesehen da ne sonst alles nochmal das wäre gar nicht gut ich lasse diese langen strecken also ich könnte da öffnen ja vielleicht muss ich ja dahin rennen oder ich glaube ja schlüssel holen aber von da oben also von hier unten kann ich ups jetzt leise genau so ey voll gut oh scheiße ja gut kannst du rennen oh 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 rennen 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 oh gott oh gott er kommt er kommt oh man so geschafft scheiße genau und jetzt bin ich wieder am anfang das schlimmste ist überstanden glaube ich glaube ich mal so was willst du denn du kleiner dem vertrauch nicht so nicht dass wir da probleme bekommen voila oha brauche ich das wieso habe ich das mitgenommen lass es so nein schließen schließen vielleicht kann man nein was ist das oh guck mal Sucuk hat jemand Hunger oha essen die das essen die das nun was haben wir da was ist das Hackfleisch ja das kenne ich oh was aus kebab also eine bekannte hat eine kebab fabrik naja naja mal gucken vielleicht muss ich das zuerst mal zum laufen bringen so ne und dann oha die machen zu nein hey voll originell so ich glaube nochmal ziehen ja logisch warte nochmal nein ich verstehe wir brauchen fleisch genau und zwar hier und dann wie soll ich das da hin werfen da vielleicht hochwerfen ja das ist es nicht ja das ist es nicht klettern kann er auch nicht super vielleicht da hochwerfen das schafft sie doch nicht ok probieren wir naja was habe ich gesagt so naja wir brauchen Fleisch wir brauchen Sucuk Hackfleisch alle fucker damit wir dann schwingen können schwingen können und dann darüber springen oder einfach direkt springen ich glaube wir müssen dahin ui das war knapp und dann hoch ja ja gut aber jetzt nicht ein Würstchen oder so wir brauchen genau sowas so paar Kilo genau also ich hätte nie gedacht dass wir mal Sucuk machen aber das ist auch nicht schlecht mal im Livestream auf YouTube also auf YouTube sowas hochzuladen ich will ich will dass ihr seht wie das geht wie man Sucuk macht sehr spannend noch mehr Fleisch nicht nicht das ist auch nicht genug was haben wir da hallo britney willkommen so was mache ich jetzt keine Ahnung oh scheiße losgelassen ja ich muss mich daran noch gewöhnen man darf sich nicht loslassen komm ich glaube wir haben schon die Hälfte geschafft wieso lässt er los ich lasse nicht los sie lässt los oh komm so aha wisst ihr was es geht darum man darf nicht springen man muss einfach nochmal R2 drücken ja jetzt verstehe ich oh kommt er jetzt kann ich wieder zurück gehen oh Gott oh Gott so jetzt gibt es Sucuk für alle aber das ist Schweinefleisch das ist nicht gut ich glaube jetzt haben wir genug was sollst du oh nur 3 alter guck das mal an nur 3 Stück insgesamt fuck oh 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 geschafft oh gut so ja läuft läuft müsste reichen ja so viel esse ich so viel esse ich so viel esse ich Sucuk aber in der Schweiz es ist nicht wie Deutschland Leute es ist so teuer unglaublich 20 Franken oder so ok dann ich glaube vielleicht mal zuerst nach unten oder so weit kannst du eh nicht springen ja kann er nicht aber die Atmosphäre ist sehr gut ne aber ich bin mir sicher dass wir noch gegen diesen Boss kämpfen müssen also kämpfen halt irgendwann irgendwie wegrennen oder so bestimmt irgendwo was ist das nein nicht dein Ernst echt echt ah nein ich bin blind was ist das oh ich hab wisst ihr was ich gedacht hab oha scheiße oh das war gut ok 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 nicht der Hellste ok geschafft geschafft ich hab wisst ihr was ich gedacht hab ich muss in die Küche nochmals zurück gehen und zum Glück nicht oh 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 da komm ich nicht hoch oder doch doch ich muss genau jetzt ich kann es mir schon vorstellen der andere hat mir besser gefallen hat besser hat knudliger ausgesehen irgendwie oh man oh nein oh nein 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 aber das bleibt offen oh scheiße gott ah gut 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 es ist offen so jetzt müssen oh da sind wir irgendwo anders oh man was macht er er ist roh oha wow der ist schneller irgendwie ja er ist definitiv schneller mehr schleichen ja das stimmt ist mein Fehler tut mir leid tut mir leid ok schleichen man will dass ich schleiche oh Gott na dann na dann das Fleisch sieht so frisch aus ok ok warten vielleicht ok 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 schlüssel ich drücke mal da drauf ich drücke mal da drauf aha nein jetzt habe ich es verstanden oha ok oh oh jetzt da guck mal da ist der Schlüssel oh ich bin blind hey ich bin so blind es ist genau auf dem Tisch scheiße oh ich muss ihn ablenken genau hey ich bin sowas von blind ich war so begeistert vom Fleisch weil es so frisch ist ok 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 alles gut und dann dasselbe nochmal machen und schnell den Schlüssel holen ist schon ein bisschen knapp schon ein bisschen knapp schleichen so schleichen weg 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 ok ok scheiße wer hält dich oh mein Gott oh mein Gott ich bekomme Herzinfarkt schnell so wir haben es geschafft oder genau da genau da genau da oh oh er kommt mit so ein Sauhund ähm oh nein er kommt wirklich mit scheiße mach äh nein nein hey ganz schlimm oha das war ganz schlimm so aber im nächsten Part geht es weiter liken oder disliken wir sehen uns im nächsten Part tschüss h h h h h h Vielen Dank.